So, wir sind angekommen und da finde ich aber nicht den Larsen von Wolfsklan, sondern diesen scheiß Peter. Was sollten deine Schüler suchen? Die Zutaten, die ich brauchte, um meinen Traum zu erfüllen. Ich schickte sie hinaus, obwohl ich die bezahlten Es bin. Ich hätte es selbst gehen sollen. Was ist, wenn ich die auf... Nein, das ist zu gefähr... Alles in Ordnung. Gut, aber wenn du es schaffst, die zu... Ich... Was soll ich? Das Horn eines... Boah, nee, oder? Hier ist der Kram. Du hast es tatsächlich geschafft. Ja. Das werde ich. Er so... Wie billig ist das denn? Gold? Was soll ich hier draußen mit Gold? Ich brauche neue Fälle. Verstehe. 20 alt. Jetzt. Ich. Dann sind wir im Geschirr. Willst du mit mir handeln? Hey, ich weiß nicht, dass ich so ein behindertes Schattenläuferraum nur brauchte, das ist doch totaler Kack. Naja, egal. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ja, das heißt, den Typen von Wolfsclan suchen wir immer noch. Das heißt, zurück zum Wolfsclan. Und weiter diesen, äh, wie hieser... Lutger... Ne. Oh Gott, jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Oh, man, 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 äh... Wie war der Letzte? Der Letzte war... Irgendwo... Irgendwo auch so, ob das so... Karl-Heinfeuerkram haben wir. Peter haben wir. Larsson von Wolfsclan. Larsson, Larsson. Wo haben wir Larsson? Verdammter Hacke, wo haben wir Larsson? Ich weiß nicht, wo das... Die lieben Larsson von Wolfsclan. Wo ist der denn? Gibt es irgendwie noch höher oder so oder dahinter? Ja, nix da, nix hier. Ist nix. Ist nix da, Larsson oder so. Ja, ich kann fliegen, ist klar. Wo ist Larsson? Oh, damn it. Verdammt. Oh, ist der Kackpenner. Wo soll ich den denn finden, Leute? Was könnt ihr mir das mal sagen? Wenn der scheiß Larsson finden soll? Der müsste doch hier bei der Schmiede sein, oder nicht? Boah, wie sehr ich grad das Cheaten vermisse. Go to Larsson oder sowas. Ey, ohne Witz, Leute. Das ist doch ein reinster Scheiß hier. Ich... Pfff... Hoga. Achso. Ja, nee. Äh, ich würd gern wissen, wo Larsson ist, verdammt. Wo ist der denn? Bist du auf der Fest? Wer ist la... Ja, wo finde ich denn Larsson? Er ist dann norden. Er vermutet dort eine reiche Erden. Was? Gut. Rauchst du. Was? Komm. Und der... Was? Oh, geil. Cool Rüstung. Aber... Ja. Äh... Äh... Gute andere Probleme, um ehrlich zu sein. Äh, erstens werde ich mal hier noch ein bisschen Klingenschaden, also mir ein paar Bolzen holen. Denn ich werde... Jetzt mal... Ab jetzt mal so teilweise mit... Anderen Bolzen schießen, also mit Klingenbolzen. Davon habe ich jetzt auch relativ viele. Okay, ich habe 1000 normale Bolzen, aber... Jetzt schieße ich halt erst mal teilweise mit den anderen Bolzen. So. Larsson. Larsson ist also nach Norden gegangen. Warum? Ich hasse euch, Leute. Ich hasse euch. Wie die Pest. So, ich speichere mal eben das Spiel ab. Boah, ich brauchte nur diese Scheiß-Zustimmung, ey. Woher soll ich denn mir denn jetzt aus den Fingern saugen, wo Larsen ist? Das ist so ein Kackfest, so ein Aufstand, ey. So, spring runter. Weißt du, was ist mir scheiße hier? Ganz einfach runterspringen, ey Jungs. Einfach noch so... Ja, so ein bisschen, genau. Noch einmal abspringen. Und keinen einzigen Funkchen Schaden genommen. Und jetzt laufen wir nach... Da lang. Göttchen, ich kriege echt... Ich kriege echt Attrationsschübe hier, ey. Moment mal, war das der Typ in der Höhle? Da. Nein, da. Da war der Typ in der Höhle. Wenn das der Typ in der Höhle war, dann gehen wir jetzt da hin. Hieß der Typ Larsen, ich hab keine Ahnung. Aber ich hab grad auch keine Lust mehr, meine Videos jetzt anzugucken, um zu... Ja, ich mach die Erzader jetzt nicht, ist mir schon sehr egal, die Erzader. Wie gesagt, ich werde jetzt mal eben... Den Weg, also ich hab das mal eben... Ich guck's mal eben, ob der... Da hinten, wir haben mal in der Höhle... Diese einen Minecrawler erledigt, wenn ihr euch erinnert. Ja. Und ich weiß nicht, ob der einer davon lasst, wie es könnte sogar möglich sein. Einer könnte... Einer von denen könnte lasen gewesen sein, ja. Ich erinnere mich zwar nur schwach, aber... Das könnte lasen gewesen sein. Also werden wir jetzt mal eben den ganzen... Oh, einer runtergefallen, aber ist egal. Ich falle jetzt gleich sowieso runter. Obwohl, hier geht's einfach so runter. Aber wir werden jetzt überprüfen, ob Lars so da ist. Wenn ich denn die Höhle wieder finde, ich glaub, sie war... War hier irgendwo, hier auf dem... Hier an dem Weg. Ja, hier liegt so ein toter Oger. Den Oger hab ich gekillt, als ich mit Mord unterwegs war zum Feuerklan. Ich glaub, das habt ihr nicht gesehen, das hab ich ja aufs Kühn erledigt, aber... Ja, war jetzt nicht so weit bewegend. Ähm... Scheiße. War auf zu legen. Da, 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 da. Da, 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 da. Ja, genau. Was ist da für ein komisches Licht? Auch ein Feuer, toll. Geil, wir gehen auf einen Verarbeiter. Hi, ich find's. Ey, trifft er mich wirklich geil. Spaß. Ähm... Da hat es scheint, an der Höhle zu sein. Da scheint ein Oberzug, ist es die Höhle, bitte lasst es die Höhle sein. Erz, okay, über Erz. Volker. Brand, nein, eine Plackerei. Du hast auch sogar noch was zu erledigen. Oh man, hier ist aber scheiße viel Erz. Ja, ich hab jetzt keine Lust, das abzubauen, Leute. Ich brauch das nicht, ich hab zu denn. Und wenn, dann weiß ich ja, wo es ist. Ich hatte recht. Aber... Wo find ich den Spaten denn? Ach man. Na, ich komm gleich wieder, Moment mal eben. Ja, liebe Leute, ich hab jetzt hier etwas rumgesucht. Und da hinten ist sich die Höhle. Äh, wo die beiden Typen waren. Und hier unten ist unser netter kleiner Freund. Wie hast du... Ich bin meinem Instinkt. Ach ja. Ingvar schickt mich auf die Reise. So? Ich habe keine Zeit, dir etwas beizu... Reines Erz. Vor vielen Nächten träumte ich von einer Höhle. Du begibst dich auf die Suche... Weshalb sonst sollte sich ein Mann auf... Warum... Du weißt nicht mal, wo es hingeht und wird... Das nenne ich tot. Gut, du kannst mitkommen. Oh nein. Oh. Jetzt muss ich den beschützen. Ich liebe sowas, ja. Na gut. Meine Schwerter sind gezogen und das sind selbe Zartiger, die mir jetzt schon nicht gefallen. Sehr schön. Fand mal auf die Jagd. Auf zu lecken. Jetzt kriegst du ja jetzt schon einen drüber hin. Du musst du auf, dass du nicht stirbst, mein Freund. So, Nummer eins. Was schaffst du denn ein? Boah, Gottchen, der stirbt. So, das war's mit dir, du Misty. Was war das denn jetzt? Ich hab jetzt schon wieder irgendein Quest fertig, wovon ich überhaupt nichts verstehe. Weil es gibt keinen Typen, der diesen Quest gibt. Aber egal, er gibt Erfahrung, also... Ich verschwär mich nicht. Okay, ich halte meine Klappe. Egal, trotzdem total merkwürdig, egal. Ja, obwohl, wie sonst, mich einen Scheiß interessieren. So, mein lieber Lars, sind wir bitte bald da? Bitte. Wohin gehst du? Hä? Ist das normal, dass er jetzt hier hoch geht? Kannst du dich schwer vorstellen. Ich geh mal ein bisschen vor. Oh, oh doch, das ist anscheinend doch richtig. Ah. Du hast deine Prüfung bestanden. Kehre zurück zu Ingwer und sage ihm, ich glaube... Okay. Okay, wir haben...